Ich glaube ich brauche jetzt wirklich den... Weißt du schon hier? Den Generator. Ursprünglich wollte ich ja Elektronik holen. Dann hast du ja gemeint, ich soll den Rex füttern. Das habe ich dann auch nicht gemacht. Jetzt hole ich mal Fleisch raus. Hier einfach raus. Fütter ich mal kurz meine Dinos. Wenn ich mal was überlese, was an mich geht, dann sagst du Bescheid, ne? Nö, nö, alles gut. Nö, nö, sag ich dir nicht Bescheid. So. Ja, ja, ich weiß sowas, Thoma. Entspann dich, ich hole dir gerade was. Hier so ein bisschen geräuchertes Filet. Was hältst du davon? Ist das was? Ja, schau an, das schmeckt ihm. Da hat er Bock drauf. Drei Stück gleich mal. So, und wieder nach oben. Es schaut schon fast ein bisschen wild aus, ne? Weißt du, das funktioniert. Wenn jetzt hier dann auch nochmal ein Gebäude steht und die zusammenhängen, dann wird das schon. Mal gucken. Jetzt habe ich das schon wieder nicht ge... Was ist denn los mit mir? Ich weiß nicht, ey. Ich will mir eigentlich nur die Elektronik holen. So. Mehr habe ich auch gar nicht. Eigentlich brauche ich doch auch einen Fabrikator für die Elektronik, aber ich brauche doch für einen Fabrikator einmal Strom, oder nicht? Das ist doch... Das beißt sich doch. Oder irre ich mich gerade. Fabrikator brauchst du. Strukturen, Stein, nein, 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 nein. Was mache ich denn hier? Elektrisch. Zehn Elektronik habe ich tatsächlich. Guck mal an. Ne, ich hab neun. Ich hab neun. Mir fehlt eins. Nein. Jetzt mal... Egal, wir bauen erst einen Fabrikator. Kriegen wir hin? Nur wo macht man das? Unter Herstellung wahrscheinlich? Jawoll. Fabrikator kostet noch Zündpulver und Öl. Habe ich denn sowas überhaupt? Besitze ich sowas? Jawoll. Ruhig. Dann baue ich mir mal meinen ersten Fabrikator. Keine Ahnung, wo ich den hinstelle. Mal wieder fett runtergescrollt. Wie groß ist denn das Ding? Ah, doch so klein. Okay. Gut. Well. Ähm. Vielleicht wird das hier doch eher ne Fabrikator-Ecke. Und nix anderes. Wie schaut denn das aus? Ich mein, ich kann ihn ja wieder aufheben. Was sagst du, wenn ich hier so den Fabrikator rein stelle? Ja, ist halt... Extrem, ne? Ja, es beißt schon ein bisschen die Optik. Aber er hat halt so seine Nische. Wo soll er denn sonst hin? Puh. Nach draußen. Jo, im Garten. In den Garten, ja. Oben will ich halt eigentlich nicht. Neben, du könntest den, du könntest den in den Garten neben die Hagebutten stellen. Ja, ne, keine Ahnung, ansonsten... Ja, dann... Ansonsten, äh, in die Nische halt wieder... Muss man sich halt anbühlen. Ja, das ist schon echt kacke. Ja, ist schon sehr hässlich, das ist voll wahr. Kennst du dich mit aus, oder wie? Äh... Ja, seitdem ich dich kenn... Hier rein? In die Nische vielleicht, hier. Aber da wolltest du doch Fenster hinmachen, du Vogel. Ne. 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 Ne, du wolltest auf die andere Seite, ne? Ja, auf die andere. Aber kannst du die Fenster nicht auf meine Steine machen? Könnt ich auch, aber es ist nicht perfekt symmetrisch, das ist ja bekannt. Aber oben wär nicht schlecht. Also hier ist der letzte symmetrische Punkt, ne? Hinter die Wand, wo die Generatoren stehen sollen. Da so ein Fenster hin, ne? Nein, doch nicht da, Mann. Bleib doch mal oben stehen. Ja. Und jetzt links die Wand, die du siehst, von der linken Tür aus. Mhm. Da geh mal hin. Ich hab halt scheiß Delay. Und... Du bist ein Spacko. Und dann... Und dann könntest du den da vorstellen. Das meinte ich. Und daneben noch ne Kleinigkeit, das ist so ein bisschen im Platz. Okay, nevermind. Du brauchst daneben nichts mehr stellen, das Ding ist einfach riesig. Mhm. Mhm. Das ist halt mittig, ne? Ist klar. Ich wollte halt eigentlich die Sachen... Alle unten haben so die normalen... Also oben dann eher so was Essen und so Zeug angeht und unten so die... So hier die Schmelze mal hin. Hier so diese normale Nische hier mit den ganzen Modsachen. Mhm. Ich weiß es gerade echt nicht. Einfach mitten in den Raum. Scheiß drauf. Warte, okay. So. Mhm, genau. So schön hässlich. Nice. Das gefällt mir. Ja. Die Schmiede ist 3x3. Also 2x5x5. Das heißt, wenn ihr hier an der Wand steht... 2x5x5. Dann brauch ich hier einen Pillar aber auch nichts mehr hinbauen. Ah, das ist schon äußerst interessant. Das ist schon wirklich... Ja. Mhm. Ich bin grad wirklich überfallen. Ja, ich hier halt, ne. Aber... Nee, nicht... nicht da. Ja, oben will ich nicht. Achso. Ich bin wieder, ja. Ja. Ja, da weiß ich nicht, ob das gut ist. Oh Gott. Ja, wo die... Ja, warum nicht? Aber da würde sie noch hin passen. Das ist eine Sieb. Der Fabrikator. Von er. Platzier's jetzt dahin, Junge. Hm. Ich platzier's jetzt drüben irgendwie hin. So quasi, wenn hier... Die Schmelze ist... 1, 2, 3... Dann wär hier ne Grenze und dann dahinter vielleicht. Hm. Der ist schon teuer, ne. Es ist nicht so, als würde man den... ... aus der Hand schütteln. Ich mach jetzt hier erstmal, äh... Ein paar Zäunchen. Keck schreibt da. Hm. Es bedarf hier professioneller Planung, sonst fühle ich mich hier drin nicht wohl. Es muss hier perfekt sein. Oh, perfekt. Perfektion. Also dann ist hier so ne Trennwand. Kann ich auch weiter nach innen setzen. Die stelle ich um auf, äh, Halfwallen. Und die bereiten wir mal kurz ein bisschen weg. So. Den Büdelmann auch. Ich glaub den nenne ich Dödelmann. Aber das ist ne Tusse, ne. Dödelfrau. So kommt mal fair. So. 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 Äh, ha, 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 ha. Ich geh vorne dann das Gleiche nochmal. Weiß ich noch nicht. Ich könnte ihn auf jeden Fall auch hier hinsetzen. Da würde ich mich wohler fühlen auf jeden Fall, als irgendwo anders. Jetzt platziere ich ihn mal, dann gucken wir mal wie es ausschaut. Dann kann ich ja immer noch aufhören. Aufhören. Ändern. Was es zu ändern gibt. Ohne Energie sag ich doch. Ich glaub, that's the way to go. Weil die Schmiede dahinter schaut ja ähnlich aus, so im Stil. Das kommt schon gut hin. Aber da muss ich dann trotzdem mal ganz kurz, äh. Ich werde jetzt anhand der Linie, die da hinten gerade in der Wand verschwindet, auspendeln, wie weit der wo eingeschoben werden muss. So. Bisschen nach links, dass er schön abschließt. Und das ist es. Perfekt. Schön gerade und noch nicht einsatzbereit, aber er ist da. Mein erster Fabrikator. Elektrisch. Da kann man Sachen bauen, wie halt in der Industrie-Grill-Herstellung. Wie in der Werkbank, aber wahrscheinlich um einige schneller und effektiver Wochen. Okay, da sind normalen Sachen hier drin. Strukturen. Haben wir gerade gehabt. Kunstmaterial. Da haben wir Elektronik und so. Ich kann hier eigentlich die Ordneransicht ausmachen, aber passt schon. Ja, Treibstoff. 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 Da könnten wir doch mal was ausprobieren. Kann man hier nicht. Öl. Benzin herstellen aus Leder und Öl. Ich habe kein Öl. Das ist doch geil. Das freut mich. Du kannst Tech-Kreaturen töten, dann kriegst du Öl. Ich fliege jetzt einfach in den Dschungel und komme nie wieder zurück. Ist auch eine Möglichkeit. So, warte. Hier ein bisschen abladen. Das schwerste Zeug mal raus, dass ich wieder gut vorankomme. Ich habe übrigens eine Granate gefunden. Nicht die erste. Ich habe schon ein paar Granaten gefunden in Loot-Drops. Ich habe die kleinen. Gibt es noch größer, oder? Warte, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie hin? Warte. Warte. Da muss ich keiner mehr mit mir anlegen hier. Wir fliegen jetzt ins Eisbier um. Und? So wie es der Fluch will. Wieder bei Nacht. Es ist einfach unglaublich. Ich verstehe es nicht. Wie? Jetzt habe ich da einen Fussel auf dem Bildschirm. Was für eins? Warte mal. So. Auf dieser Map gibt es keine Büfern, oder? Nein, es gibt keine Drachen. Nope, nope. Okay, man sieht trotzdem noch ein bisschen was. Dann versuche ich mal. Wo findet man im Eisbiom ein Öl? Hast du da irgendwie Punkte, die du mir empfehlen könntest? Im Eisbiom? Ja. Also von meiner Perspektive aus gerade, wo ich da am besten hin-drew sind sollte. Der Berg ruft. Mhm. Boah, was da unten rumläuft. Was ist denn da für eine Versammlung? Yo. Ist die Bergspitze, oder wo finde ich es denn? Ne, ne. Meist du jetzt beim kleinen Berg oder beim Großen? Ich denke, ich bin beim Kleinen, wenn der Große der mit Mobilisken ist. Der Große ist halt der Große. Geh mal auf die Karte. Geh mal auf die Karte. Ich bin ja von meiner Base losgeflogen. Dann weißt du doch, wo ich bin. Man kann Fackelo-Karte nicht gleichzeitig halten. Dann flieg mal zum hinteren Eisberg und dann rechts am Wasser halten. Yo. Wie weit zeug ich denn weg? Also nicht direkt am Wasser, sondern halt. Wir decken jetzt einfach mal ein bisschen die Karte auf. Ich friere mich in meinen Arsch weg und guck mal was hier so alles ist. Ein fettes Mammut ist hier unten. Wie hieß der Manfred, ne? In der Serie. Ein Tech-Quetz. Oh mein Gott. Okay, welches Level hast du? Der schaut ja krank aus. Level 14. Oh mein Gott. Ist das schade. Guck dir den mal an. Dann fackelt es halt durch. Der hat schon was. Not bad. Not bad. Ich fege einfach mal zum Wasser. Da unten läuft irgendeine Doktor. Und ein Schaf oder so. Konnte man in Ark nicht auch Schafe scheren? Das gab es doch mal eben im Trailer zu sehen. Du hast den Stream auf dem zweiten Monitor und du siehst bei Nacht echt gar nichts. Es ist so mies. Es tut mir voll leid. Aber ich habe keine Fackel gerade. Ich muss erst landen. Mach ich gleich unten am Strand, dann baue ich eine Fackel. Keine Ahnung, ob man die scheren kann. Ich weiß, dass du die töten kannst viel Wolle. Kann man sie bestimmt auch scheren. Das schaut doch nach Höhe aus, oder? Diese komischen Klumpen hier. Die sind es doch. Oh, natürlich ein fettes Wolfsrudel. Was ist denn hier los? Dann lande ich eben hier drüben. Da ist auch einer zum Ausprobieren. Pinguine. So, ich mache jetzt erstmal hier Öl. Ja, perfekt. Let's go. Was fehlt mir noch für die Fackel? Holz. Warte. So, Fackel baut. Dann haben wir gleich wieder Licht. So. Pinguin. Guck mal. Level 24. Kai Ruku. Heißen die. Oh, die sind so süß. Der schwimmt gerade Level 4. Oh, das sind böse Viecher da hinten. Muss man aufpassen, dass sie uns nicht sehen. Die laufen gerade eh wieder den Berg hoch. Also alles in Ordnung. Ich sammle erstmal fleißig Öl. Also jetzt sollte man hoffentlich ein bisschen was gerade sehen. Der Mond ist gerade auch ein bisschen mehr am reflektieren. Wie ist denn das bei dir am Handy? Am Handy ist immer ein bisschen dunkler. Ja, mein Display ist aber auch auf niedrigstes eingestellt gerade. Ich sehe es einfach nicht ein jetzt meinen ganzen Akku hier zu verbraten. Aber du siehst was oder siehst gar nichts? Liegt da im Monitor? Ja, aber bei mir ist es tatsächlich. Ich habe hier auch noch mal eine Preview laufen. Es ist halt auch schon ziemlich dunkel. Weil du auch immer nachts unterwegs bist. Ja, weil das war ja nicht mal Absicht. Das passiert einfach. Es ist einfach passiert. Es ist ein unglücklicher Unfall. Ich habe mir einen Wartel gekriegt. Ich sammle jetzt eh ziemlich viel Öl. Das heißt, wir werden länger hier bleiben. Folglich sollten wir auch die Chance haben. Hoffentlich. Den Bereich hier auch noch bei Tag zu erleben. Wenn ich nicht vorher erfroren bin. Ich merke nicht gerade, dass ich Leben verliere. Das ist nicht so angenehm. Ich habe sogar die Fackeln mal hier hingucken. So. Jetzt sieht man richtig krass, wie ich hier abbaue. So, wieder mitnehmen. Wieder mitnehmen. Ähm. So. Öl, 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 Öl. Hier ist kein Öl mehr. Ich brauche mehr Öl. Was ist mit dir los? Du bist tot. Wo ist Hammelfleisch? So. Ich glaube, das mögen die Dinos sehr gerne. Dieses Hammelfleisch.